Moin. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich habe heute eigentlich Hochzeitstag, aber ich dachte, bevor wir losfahren Richtung Ruhrgebiet meiner Frau, mache ich noch ein kleines Video bezüglich Köterberg und Sonnenaufgang. Ich weiß nicht, ob man das genau gut sehen kann hier. Es ist jetzt 5.25 Uhr. Ich muss die Karre jetzt ein bisschen wegschieben. Hier ist zu laut und dann viel Spaß. Ich muss die Karre jetzt ein bisschen wegschieben. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018